Top 11 ohne Abgänge, TSG Hoffenheim Edition. Wichtig, wie immer in dieser Serie, nur aktive Spieler, keine Leihspieler und wir versetzen die Spieler immer in ihre beste Zeit zurück. Im Tor habe ich mich für Kobel entschieden, den ich ein bisschen besser wie Baumann finde. Dann lassen wir die TSG traditionell im 4-2-3-1 spielen. Linker Verteidiger ist Nico Schulz, der damals echt krass war, aktuell bei Dortmund. In der Mitte haben wir Süle von Dortmund und Westergaard von Leicester. Und rechter Verteidiger ist Johnny Schmid, der vor kurzem noch bei Freiburg gespielt hat. Das Herzstück der Mannschaft ist dann das Mittelfeld. Wir haben hier einmal Demirbay von Leverkusen und Luis Gustavo, der in der Wüste gespielt hat. Ein Stück weit hervorn haben wir Grifo vom SC Freiburg, Firminio, der jetzt von Liverpool weggewechselt ist und Baumgartner, der frisch von der TSG weg. Und im Sturm haben wir dann den einzigen Spieler, der noch aktiv bei TSG Hoffenheim spielt und das ist Andrei Grammaritsch. Das ist also die Top 11 ohne Abgänge der TSG Hoffenheim. Was meinst du, ist da mit Europa drin?